Die Diskussion um die Belastung der Umwelt durch Nitrat aus Gülle und Mineraldünger, sie kocht immer wieder hoch. Besonders durch die Güllewirtschaft ist die Nitratbelastung des Grundwassers in einigen Regionen Deutschlands stark angestiegen. Die Folge sind steigende Kosten bei der Aufbereitung. Zuletzt hatten Wasserversorger und Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen vor einem drastischen Anstieg der Trinkwasserpreise gewarnt. In Sachsen und speziell im Landkreis Zwickau ist die Lage dagegen eine völlig andere und für die Wasserwerke überhaupt kein Grund, über eine Preiserhöhung nachzudenken. Es gibt Gebiete in Deutschland, da ist das sehr, sehr ernst. Das sind vor allen Dingen die Gebiete, die eine intensive landwirtschaftliche Nutzung haben und die ihr Wasser dort aus Tiefbrunnen beziehen. Das heißt, die Düngeüberschüsse sind jetzt auf dem Weg in den Grundwasserleiter und können dann eben auch ins Trinkwasser gelangen. Wir hier in unserer Region, wir beziehen ja 90 Prozent unseres Wassers aus Talsperren, vornehmlich Fernwasser Südsachsen, Fernwasser Thüringen. Und dort steht das Problem nicht. Weil dort ja diese Talsperren sind geschützt, das sind landwirtschaftliche Aktivitäten eingeschränkt. Und deswegen haben wir nicht diese Nitrateinträge. Und deswegen kann ich wegen Nitrat im Trinkwasser eine Kostenerhöhung für uns erstmal ausschließen. Zumindest was die Nitratbelastung und die damit verbundenen höheren Kosten für die Aufbereitung des Trinkwassers angeht. Ob der Trinkwasserpreis in der Region in den nächsten Jahren stabil bleibt, kann gegenwärtig keiner versprechen. Auch der Chef der Wasserwerke Zwickau nicht. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind ein Versorgungsunternehmen. Wir bemühen uns natürlich, unser Produkt zum akzeptablen Preis abzugeben. Wir haben seit Jahren eine Preisstabilität und die bemühen wir uns auch zu halten. Aber jetzt eine Prognose über die nächsten drei Jahre zu geben, das wäre ganz einfach nicht möglich. Wie viel aktuell für Trink- und Abwasser im Landkreis Zwickau bezahlt werden muss, erfährt man auf der Internetseite der Wasserwerke Zwickau. Hier steht auch das seit dem 1. September geltende Preisblatt als Download zur Verfügung.